Hansa Rostock auf dem Weg nach vorne, jetzt ist es auf der linken Seite, Christian Rahn, in der Mitte läuft Setzkovic mit, in der Mitte ist er, und nach den Reihen ins Tor, ins Tor, ins Tor, ins Tor, 4 zu 4, das kann doch nicht wahr sein, Hansa Rostock macht den Ausgleich, Sordius Setzkovic macht das 4 zu 4, und die ganze Hansabank ist aufgesprungen, im Gäste-Fendung ist der Teufel los, es steht 4 zu 4 in Karlsruhe, Nein, 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 ein Teuchelspiel, das ist ja nicht zu fassen, Hansa Rostock macht das 4 zu 4, und auch bei den Stärken 10, wir halten zusammen, wir werden nie untergehen.